Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Send Lays Today mit Mimik Habim in der Warzog Mod und, äh, 8.21, 8.7. Uhr. Und wir sind noch an der Hütte reparieren. Naja, ein bisschen Hordermann bringen und so. Äh, denn wir werden die Horde noch hier machen. Äh, denn in der anderen Hütte sind noch 1-2-Sachen zu tun. Äh, und das werde ich jetzt erstmal so per Sekunde nicht schaffen. Ja, das ist korrekt. Aber, ich hab ja hier aufgewertet. Das sollte ja nicht mehr das Problem sein. Siehste, das reparieren geht so schneller. Aber das aufwerten geht andersrum schneller. Das ist ja mal raus. Oh, jetzt hab ich das schon wieder zugemacht. Ich kann das auch so ja nicht aufwerten. Oder? Nope. Gut, dann muss ich nochmal von drinnen rinnen. Von drinnen hoch. Zu und von und weg und rinnen. So, gut. Das ist ja nicht so schlimm. Ich kenn uns ja aus. Wenn ich diese Kacke hier oben geklappt kriege. Das ist ja kein Problem, seht ihr? Sag mal, hab ich die Schrotz... Ja, doch, die Munition hab ich rausgenommen, ne? Die hab ich jetzt nicht da drinnen verballert oder so. Da waren ja mal 200 Schuss drin gewesen. Aber ich glaube, ich hab die rausgenommen. Bitte, lass mir die rausgenommen haben. Der wird ja nicht jeden Zombie, der hier lang gelaufen ist, weggeballert haben, oder? Oh, Mann. Also, was lernen wir draus? Kontrollieren Sie mal Ihre Sachen, ob Sie sie rausgenommen haben. Wie, hä? Ja, ich hab keinen Stahl mehr. Na, dit ist ja mal wat. Naja, gut, ich muss dit ja rausgenommen haben. Weil ich würde so eine Sachen nie vergessen, weil die sind ja essentiell. So, ich fahr jetzt doch nochmal zurück und hol uns die Spikes. Das könnte eine ganz, ganz knappe Kiste werden. Moment, apropos knappe Kiste. Man will ja auch wieder nach Hause kommen. Also, dann würde ich mal sagen, ab nach Hause, also Hause 2. Sachen rausnehmen. Sachen reinpacken. Weil den Stuff brauche ich hier nicht mehr. Den brauche ich bloß da drüben. Und dann würde ich sagen, schnell wie möglich zurück. Achso, ich hab ja noch die Quest in der Tasche, wa? Die haben wir letztes Mal ja nicht abgegeben. Aber das ist eine geile Markierung. So seh ich immer, wo ich hin muss. In ein paar Minuten. Na ja, gut. Also, nehm ich dit von letztem Mal nochmal zurück. Es werden nicht drei Leute rumballern, sondern zwei. Mit mir eingeschlossen. Also, eine künstliche Person. Na denn. Dann wisst ihr zu. Hauptsache, jetzt, hörte Pottel. Nee, stimmt. Ich kann noch ein bisschen Munition... Ja, Munition war ja noch da gewesen. Nur dit... Pottmonee lässt dit jetzt nicht gerade zu. Wollen sie mal. Muss mal kurz fragen. Tritt für uns ist. Alter, das ist nice. Ich hab dich vermisst. Ich hatte dich noch nie gehabt, aber ich hab dich vermisst. Wo sind jetzt meine... Da ist er. Mann, hab ich mir die ganzen Jahre so kompliziert gemacht. Seitdem hier die Apollipsa angefangen hat. Boah, Alter. Spiel. Mann, eigentlich wies ich dit ja, aber... Hab jetzt nicht damit gerechnet. Das war jetzt schon ein bisschen erschreckend. Also, und da ist jetzt noch so ein Bohrer drin, Alter. Ich würd sowas von brechen. Also, ich hätte dann sowas von gebrochen. Erbrochen, Hettige. Hey, aber mit dem Bohr an den Stuff ranzukommen, war also... Ja, nee, so kompliziert. Sie haben hier... Ja, ist doch gut, Mann. Sie haben hier zur Rand. So. Jetzt ist es raus. Dun, 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 dun. Äh, das sollte... Ich glaube nicht. Aber ich nehm hier in den Stahl. Also. Äh. Ja, gut. Ich will ja auch ein bisschen rumballern, aber... Nee, rei... Äh, äh, äh. Äh. Fünftausend. Naja. Jut, ich hab das richtig verkauft. Ich hoffe, lass mich bitte das richtig verkauft haben. Das brauche ich. Naja, gut. AK-Parts hab ich ja so oder so nicht mehr. Hätte ich ja so oder so nicht verkaufen können. Bitte lassen Sie mir keine AK-Parts verkauft haben. Dankeschön. Silber? Was hab ich denn jetzt, hä? Dreitausend. Haha. Das ist ja neunmal hinten vorne und so. Aber... Nee, ich will erst mal überleben. Das ist, das, das, was ich will. Hast du ein bisschen Rabatt? Spechel? Spechel wäre Munition. Oh, oh. Das war't. Das war't. Damit müssen wir jetzt klarkommen. Damit komme ich nicht klar. So, schnell die Shit. Muss mal was rauspacken. Alter, ich hab ja nicht so viel Zeit, ne? Rinn raus. Eigentlich stell ich das schon mal richtig hin. Für die Flucht. In die Horde. Ähm. Rinn. Achso. Ey, warten Sie mal. Äh, zum, der kriegt das Tier in die Park. Natürlich wusste ich das, ne? Also, ich nehm mir Nahrung mit. Ich hab hier noch Silber drin. Ich hab noch fucking Silber hier drin. Das ne Mikro auf jeden Fall mit. Solange die Pistole halten tut, hält sie. Nahrung, wie gesagt, brauch ich. Brauch ich. Und. So ne Dingelsen kommen unten drin. Ey, wirst du was denn? Ach nee, das geht ja ja nicht. Ich wollte jetzt noch ein... Na wohl. Müsste eigentlich trotzdem gehen, ne? Wenn ich jetzt hier den Schlafsack ausrolle. Ah, dann spawne ich ja hier. Nee, 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 nee. Mal gut sein. Nee, ich will da... Achso. Mein Fehler. So. Gut, jetzt... Achso, Kle... Ach, shit, kann ich mir ja nicht erstellen. Ich brauch doch Klebestreifen für den Shit. Wo sind denn die Pistolen-Parts? Die habe ich oben hingeschmissen. Egal. Machen wir mal, wenn wir mal zurückkommen. Ich habe jetzt nicht so viel Zeit für diesen Shit. Übrigens, ich habe die jetzt hier unten drin gepackt. So. Kann ich nicht hier brauchen? Wie sieht es denn hier aus? Oh, das ist runtergeschmelzt. Geschmolzen. Runtergeschmelzt. 19 Uhr. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Werde ich wahrscheinlich bereuen, dass ich das gesagt habe, aber ich brauche es nicht. So, das brauche ich auf jeden Fall. Und das warte. So. Wie gesagt, nicht so viel Zeit zum Überlegen der Situation, denn die Situation ist da und jetzt muss ich damit klarkommen. Ich bin so gespannt. Ich bin gespannt wie einen Flitzebogen. äh, nehmen. Jetzt. Ach so, ich habe ja hier noch, äh. Mrs. Voldemort im Hintergrund. Äh, halten Sie den Mund. Mann, oh, Mann, oh, Mann. Alter, habe ich mich gerade erschrocken. Da frisst sie eh nicht und dann antwortet sie auch gleich. Also, bevor es los geht, tut ein paar Sekunden. Ich hoffe, du kriegst hin. Also. Ich bin Level 40. Meine Game Stage ist auf 128. Ich killte Zombies 1729. Ich habe Spieler, ich killte 8 Stück. Also, KIs. Und getötet wurde ich 12 Mal. Und ich sage mal so, ein Dreiviertel davon durch meine eigene Unfähigkeit. Sachen auszuweichen, nachzuladen, äh, meistens nachladen. Das ist immer das, was bei mir so in den Raum steht, dass ich das nicht gemacht habe. Aber gut, das ist bloß eine Vermutung. So. Ich packe die Klammer aus, wa? Weil sowas sollte ich gleich auspacken. Ah, nee, du sollst das nicht markieren. Du sollst das Ding öffnen. Kann aber auch bloß den machen, wenn ich den drücke. So, die Ammunition. Detata, detata, detata. Dann würde ich... Ich habe die andere Ammunition hier hingepackt. Ist zu spät, jetzt muss ich damit leben. Obwohl, schaffe ich das noch? Das sind ja noch ein paar Sekunden. Wenn ich das Ding aufbrieren würde. Schaffe ich, Dicke. Ihr sagt. Ich. Die müssen erst mal hier rin kommen. In 8 Sekunden. Oh, ich wollte gerade sagen, die sind schon da. Äh. Mit, mit nach oben. Jetzt aber. Kabin. In 2 Sekunden, deine Horde. 2 Sekunden. Wo ist denn da der Eingang? Äh. So. Habe ich doch gesagt, ich bin pünktlich. Mann, ich bin sowas von pünktlich. Wart mal, da mache ich die Munition rin. Keine Panik. Ich habe alles unter Kontrolle. Oh, die hat eine Kniffe. Ihr habt. Aber wir sind vorbereitet. Eventualitäten. Was ist denn da unten denn los? Ich habe die Spikes schon mal in den gepackt, ne? Aber gut, ich habe gedacht, es ist nie nötig. Nasen-Elch. Rudi ist offener da. Rudi wurde deaktiviert. Ich hatte so ja noch Munition drin. Hallo, sie? Was hat denn denn das da? Was ist jetzt? Hoppla. Die Sicht gleich ist hier oder unten oder was? Die haben sich gegenseitig verhalten. Ich habe denen geholfen. Ich habe das extra schräg, so schräg wie möglich gemacht. Die können da hochlofen, wenn sie wollen. Da. Das ist eine Ecke, wo die stehen, da hinten. Irgendeine Ecke mögen die überhaupt nicht. Sagen Sie mal, habe ich die Granaten mit bei? Natürlich nicht. Ich habe das geschenkt nicht mit bei. Warte mal, kann ich? Was ist denn hier los? Ah, siehste? Alle sind unter Kontrolle. In die Kopf. In die Hacken, du Spacken. Ich wollte gerade sagen. Ups, Entschuldigung. Ich habe die Kundschaft verpasst. Alter, die haben hier drin geknackst. Das war aber nicht so... War nicht so wild. Ich muss mal kurz was kontrollieren. Nee, nee. Und wie ihr sagt, solange ich schneller schieße als die, ist das schon okay. Jetzt kannst du. Kannst du nicht. Ich habe nämlich gerade vergessen. Ich muss ja auch die Sache schließen. Natürlich habe ich das mit Absicht gemacht. Ich wollte natürlich Munitionen sparen. Ui, Heidi, was machst du denn hier? Das war aber nicht so. Also, du hast hier nicht die Erlaubnis, hier rauf zu tingeln. Ich sage, ich muss nur schneller sein. Blitzschnell. Was ist denn hier los? Was machst du denn hier für ein Zegmeck? Hier ist das cool. Hier kann ich so seitlich das wegfrühstücken. Aber warum kann ich das hier nicht? Ja, doch, das geht schon. Mutschen mit Knüppel. Mutschen mit Knüppel. Ich habe ja keinen Knüppelkuchen bestellt. Das ist ja mal eine Frechheit. Wir haben es jetzt noch nicht mal 12 Uhr. Was sagt meine Munition? Die sagt aber, hui, 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 hui. Ich werde mal auf die umsteilen. Davon habe ich 3000. Warum habe ich da nicht die Knüppel, äh, Reparierung gemacht? Aha, da neben. Ey, warten Sie mal. Ey, das sieht ja noch besser. Er ist halt die Krabbeln. Denn ist ja doof. Ich habe so die Vermutung, er schießt dagegen. Und da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ob da... Was ist denn hier los? Macht überhaupt keinen Sinn. Was ist denn da los? Ja? So, hier, das war... Äh, gut. Das war deiner. Kaputt. Na toll. Ist ja mal, will er, super. Ich habe auch noch ein paar Schwutze. Boah, ich habe mich gerade erschrocken. Ta, ta, ta. Alter, 12 Uhr. Soldat! Ach, ich bleibe bei dir. Das ist ein Einhandspiel. Das war't. Horde, ich schaft. Der muss eher weg, weil der kostet... Also, nicht er, sondern er. Der könnte ein bisschen mehr Munition kosten. Also muss der eher... Also, gleich weg. Ich glaube, der ist weg. Ja, die versuchen hier durch der Wand irgendwie... Habe ich das Gefühl. Hat gerade in einer geschossen. Konnichiwa! Loot! Hat er die Kniffe so fast, wenn er drüber war. Äh, hinüber. Der ist down. Der kann jetzt die Glocke auflassen. Ne Sau. Sauerei. Oh, die Sau ist weg. Mach mal einen Kopf. Sag mal, äh, warte mal. Bevor ich das hier repariere... Ah, ne, brauche noch nicht. Alles in den grünen Bereich. Haha. Ich bin schneller als du. Warte mal, ich muss mal kurz... Ne, 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 ne. So, das ist natürlich jetzt... Das ist natürlich jetzt... Das ist natürlich jetzt... Oh, das sollte ich nicht machen. Cop down. Cop kaputt. Neuer Cop da. Die haben weder eine Kniffe oder einen Schlagstock... ...irgendwann in dieser Richtung. Hey, hey, nicht kaputt machen. Ich glaube so langsam wirklich, der macht das kaputt hier alles alleine. Nicht die, sondern er. Andere Knöpfe. So, will er umsteigen. Ich hab ein guter Gefühl. Es sei jetzt, kommen wir bei Demolition. Weil wir hier gut stehen, wisst ihr? Alter, müssen wir uns mal vorstellen. Die werden vorgezogen, Alter. Hallo! Jut, ich glaube, ich müsste den... ... das nächste Mal irgendwie hier oben hervorstellen oder so. Ich hab da irgendwas große Vorbeifesen gesehen. Bin ich der Meinung. Ich hab da was gesehen. Oder ich hab's mir eingebildet. Da ist nix. Ne, er hat halt noch die normale Größe. Der macht halt kaputt. Kaputt. Jut, da wo er nicht trifft. Er ist da, wo er trifft. Ah, ich weiß noch nie. Das ist nämlich ganz schön kaputt gewesen. Das ist nicht meine Schuld. Ich glaube, ich klau den in die Munition, oder? Das ist zwar nett, wenn der hier rumballert oder so. Aber... Der macht mir das Filme zu schnell kaputt. Kipp mal, da oben ist er auch schon kaputt. Und den Turnschuh zieht mir nicht an. Jut. Aber ich kann den nachher die Munition wieder geben, weil ich hab gerade gesehen, mein Schrotz ist auch nicht mehr das grünste. Aber lass dich korrigieren. Da ist es gestellt. Also, die Ecke müsste er eigentlich weg. Da müsste er dann auch so in die drin. Hier, wie jetzt hier. Ich glaube, den würde er was bringen. So, die ist jetzt auch schon mal knifft. Ja, warten Sie mal ganz kurz. Ich muss mal kurz rumstellen. Ja, doch. So, in diesem Fall, der die andere... Ach, wie ist das? Scheiß drauf. Dann ist das so. Jetzt sind ja bloß noch, äh, zwei Minuten. Die versuchen immer da... Darum versuchen die das da. Ach, deswegen vielleicht, oder wat? Das kann sein, dass die deswegen durch wollen, oder so. Weil das bloß denn zwei sind. Ah, ne, die versucht ja trotzdem. Wird dann wie sie nicht. Noch müssen sie erstmal an uns vorbei. Aber das wollen sie wahrscheinlich ja nicht. Wie es hier aussehen tut. Und die haben selbst alle Schiss, die wollen nicht. Auch schon wieder so ein grüner... So, na, ich verstrahle dich grün. Wie sieht's denn Benzin aus, mäßig? Na ja, geht noch. Ah, ich seh euch. Ich habe euch im Blickfeld. Ihr... Lumpen, ihr... Oh, gib mal eine Fontäne. Jetzt. Kannst du nicht erzählen. Das geht nicht. Ganz vergessen. Ich kann dich ja auch noch nutzen. Haha. Nein, wie gesagt. Der schießt immer dagegen. Habe ich noch? Ich habe noch einen Block. Warten Sie mal. Da haben sie schon wieder kaputt gemacht. Der schießt ja. Oh, mach dann sowas. Ich habe doch noch Sachen vor. Ups. Ja, das wollte ich gerade machen. Warte mal ganz kurz. Ich benutze. Kopieren. Ranhängen. Wohlfühlen. Mach mal. Ich muss hier Sachen machen. Ich habe nämlich nicht nachgeladen. Aber du kannst jetzt besser schießen. Ah, siehst du? Problem gelöst. Es kann manchmal so einfach sein. Und schon schießt er auch nicht mehr da unten gegen. Siehst du? Probleme gelöst. Ja, einfach. Manchmal ist das Einfachste am besten. Oh, hier ist keiner. Da kommt noch welcher. Oh, ich würde mal sagen, das wird eine ruhige Runde. Ab jetzt. Es sei, da kommt noch der Große und brichtet jetzt durch. Aber ja, gut. Das könnte eigentlich sein theoretisch nicht passieren. Nicht passieren. Ey, passiert mal nicht. Ja. Nein, ihr Gesicht gefällt mir nicht. Down. Zu splöd. Äh, zu splöd. Mischung zwischen blöd und zu spät. Zu splöd. Hallo, was machen sie hier? Es ist Horde. Was soll ich mir machen? Ey, die Frage. Ja, nochmal. Ich verstehe nicht, warum die... Ich muss gleich mal kicken. Vielleicht ist ja... Ach so, weil ich ja unten nicht alles auf Beton, auf Stahl aufgewertet habe. Ja, macht Sinn, ne? Die Versuchung, sich das hier durchzufräsen, weil das hier härter ist als das. Warte. Ding, dir-ling, ding, 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 dir-ding, ding, ding, ding. Ding, dir-ring, ding, 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 ding. Ding, dir-ring, ding, ding, ding. Huh! Alter, da könnte es erst mal sein, dass ich auch mit Moditionen raussehe. Also, ich hab schon die Moditionen, meinet ich. Jetzt schießt er da vorne alle kaputt. Ich glaube, der ist kaputt. Die Horde ist durch. Er ist nur noch eins wie Hannes immer, aber sonst, ich lasse es mal an. Oh, oh. Oh, sie? Ah, guck mal. Na, wie ich das gesagt habe. Weil das hier noch nicht komplett aufgewertet ist. Es war ein kompletter Block. Aber das interessiert den nicht. Was ist denn hier? War wirklich alles. Das war alles. Also hätte ich das jetzt noch richtig aufgewertet, dann hätten sie auch da nichts machen können. Naja, gut, wa? Multition. Multition. Aber sehr, sehr wenig. Mann, ist das wenig. Naja, gut, wa? Wie gesagt, also... Ich muss erst mal alles nur auf Beton aufwerten. Das wäre das Beste. Ich kann das erst auf Stahl aufwerten, wenn ich genug Stahl habe. Abspeichern. Bitte. Wenn möglich. Aber das nicht verstehe. Ja, gut. Hier, vielleicht hätte ich hier... Na, hier hätte ich auch noch so schrägen in diese Richtung machen müssen. Weil so sind sie dann... Komm, hier nicht hoch. Ich bin zu faul, hier rumzulaufen und dann hier hochzugehen. Das ist zu viel. Das geht zu weit. Das sind nämlich zwei Blöcke zu weit. Ja, gut. Ja, gut. Aber sonst... Es funktioniert. Aber du, technischerweise bin ich gerade enttäuscht. Naja, gut. Was willst du machen? Du kannst nur das ernten, was da ist. Aber warum... Warum haben die versucht, hier durchzukommen? Weil zum Schluss habe ich das ja hier auch eingezogen. Und das sind zwei zu weit. Oder war das erst, nachdem das kaputt ist, dass sie hier so... Aber so clever sind die Dojani. Und außerdem, die hätten ja dann auch hier hochspringen können. Na, das ist eine Frage. Ach, vielleicht deswegen hier. Weil das zählt ja jetzt kompletter Block. So, kommen wir vielleicht hier so hoch. Wisst ihr so. Dass sie das gedacht haben, das ist ein kompletter Block. Und deswegen gedacht haben... Yes. Ich habe Fragen. Also, Leute. Jetzt geht nochmal schnell rin. Denn ich habe nämlich noch was zu kontrollieren. Als war die Game Stage. Hallo. Ich muss runter. Spielt mich safer. Also, und Waffen muss ich dann auch noch kicken hier, dass ich eine Pistolen-Repair-Dings baue. Aber kommen wir ja jetzt zur Zeit. Also. Was hat er denn angerichtet? Ich habe eh ein Level geschafft. Uhuhu. Ich habe auch... Ich habe gedacht, ich habe schön weggeballert. Naja, gut. Das wird sich die nächste bald sehr, sehr ändern. Naja, gut. Aber ein paar Zombies sind... Über die Klinge gesprungen. Sagen wir mal so. Also. Level 41. Game Stage 140. Je killte Zombies 1929. Je killte NPCs 8. Da kann sich nichts verändert haben. Weil die haben sich noch nicht kurz geschlossen. Und die Staubendick auch nicht. Also. Ein Grund zur Freude. Die Horde ist bestanden. Und wir bereiten uns jetzt in der nächsten Folge auf die nächste vor. Das heißt, ich muss betonieren, betonieren, betonieren. Und schmelzen, 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 schmelzen. Böööööööööööööööööööööööööööööööö. Und dann später dann eben halt, äh, die Legierung noch aufwerten. Ja, wir haben noch viele zu tun. Also, macht euch einen schönen Tag. Ich bin dann erstmal raus. Achso, und Däumchen, Däumchen nicht vergessen. Auf unseren, ich bin raus. Tschö.